Hello, hello my loves und herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge von eurem Lieblings-Podcast Live is Villegous. Da bin ich wieder. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle hier seid und ich freue mich so sehr auf die nächsten 20, 30 Minuten. Mal gucken, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich will diese Folge mit Absicht ein bisschen kürzer machen, weil das so eine dieser Folgen werden soll. Immer wenn ihr euch so fühlt, wie das, was ich in der Podcast-Folge beschreiben werde, dann solltet ihr euch diese Podcast-Folge anhören und euch so daran erinnern. So, hey, okay, in dieser Situation soll ich das machen, ich soll das machen, bla bla bla, das soll so eine kleine Folge werden, die ihr euch immer anhören könnt. Deswegen könnt ihr die euch auch abspeichern, wenn ihr euch einfach daran erinnern müsst. So, hey, Moment, ich kann jetzt noch nichts sagen, weil ich noch nicht die Folge spoilern will, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, eigentlich will ich diese Folge ein bisschen kürzer machen, aber wir gucken mal, weil ich verplappere mich ja super oft. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Minuten, die wir miteinander haben. Das ist wirklich immer so mein persönliches Highlight der Woche, wenn ich mich einfach so voll zuschmarren und zuquatschen kann. Und ja, es ist wunderschön, dass ihr heute wieder hier bei mir seid und ich freue mich. Aber bevor wir starten, wie immer, mein persönliches kleines Live-Update. Ich habe euch in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich super aufgeregt bin, weil ich ja das Felicious-Shooting habe. Das stand ja letzte Woche an. Für die bunten Track-Suits, da haben wir blau, lila, grau und braun mit so rosa Details. Da haben wir diese ganzen Zipper und Jogginghosen abgeschutet und das habe ich ja gemeinsam mit vier Girls aus meiner Community gemacht. Und ich muss wirklich nochmal sagen, wenn ihr mir auf den anderen Social Media Plattformen schon folgt, dann könnt ihr das wahrscheinlich nicht mal hören. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch in Schock, wie gut meine vier Girls das gemacht haben. Wirklich, es war crazy. Es war so crazy, was sie für eine Performance hingelegt haben. Also ihr müsst eigentlich jetzt direkt mal auf die Felicious-Webseite gucken oder auf den Instagram-Kanälen von der Felicious-Seite. Was das für krasse Bilder geworden sind. Wirklich, die sind dahergekommen. Die hatten im Prinzip null Modelerfahrungen und die haben da so eine Show aufgeliefert. Es war so geil und generell dieser Tag, es war einfach so eine coole Stimmung. Wir haben uns da zum Beispiel auch alle gemeinsam fertig gemacht. Also wir hatten keinen Make-Up-Artist oder sowas, weil das ist ja eigentlich üblich bei Fotoshootings, vor allem jetzt für eine Webseite, dass man einen Make-Up-Artisten engagiert. Aber ich wollte bewusst nicht, dass wir so einzeln von jemandem fertig gemacht werden, sondern ich wollte so dieses Feeling von so einem Sleepover oder sowas, dass wir uns alle gemeinsam fertig machen und jeder benutzt so mein Make-Up von einem anderen und dann geben wir uns gegenseitig Make-Up-Tipps oder whatever. Und wir haben halt Musik gehört die ganze Zeit und es war so richtig, eine richtig, richtig schöne Stimmung und die Mädchen haben sich untereinander auch so gut verstanden und ich habe alle so sehr ins Herz geschlossen. Also ich denke so richtig oft an diesen Tag jetzt zurück. Es ist schon ein bisschen länger jetzt her, es war letzte Woche. Genau vor einer Woche bin ich losgefahren. Aber ich denke noch so viel darüber nach und das macht mich einfach so voll happy. Und deswegen, ihr müsst jetzt unbedingt auf die Felicious-Webseite gucken. Vielleicht findet ihr auch einen Track-Suit, der euch sehr, sehr gut gefällt. Also ich habe euch ja schon die Farben aufgezählt, die sind wirklich alle perfekt geworden. Ich bin so stolz darauf, wie die Sachen jetzt im Endeffekt geworden sind, vor allem die Farben. Deswegen guckt unbedingt mal auf der Felicious-Webseite vorbei. Ich verlinke die euch auch hier einfach in der Podcast-Beschreibung. Aber das war wirklich so mein Highlight der letzten Woche, seitdem wir uns hier nicht mehr gesprochen haben. Das war mein persönliches Highlight. Und sonst habe ich jetzt so ein bisschen einen ruhigeren gemacht, die letzten Tage. Weil immer wenn ich so auf Social Events, sage ich mal, bin oder generell bei dem Fotoshooting war es zum Beispiel so, dass ich halt so die Direction, sagt man das so, die Direction, nein, what the fuck, die, 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 hä, bin ich jetzt lost? Ich habe einfach das Shooting so angefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe so gesagt, das machen wir so, das machen wir hier mit Seifenblasen, hier machen wir das mit einer alten Videokamera, hier machen wir das, das, das. Ich habe halt die ganzen Inspirationen rausgesucht. Ich habe gesagt, wie ich mir das vorstelle, wie sie dastehen soll, wie sie den Pulli machen soll und so weiter. So im Prinzip, ich habe das halt so ein bisschen meine Vision ausgelebt an diesem Tag. Und dementsprechend war es auch echt ein ziemlich anstrengender Tag dann im Endeffekt für mich, weil ich halt die ganze Zeit so in Action war und sowas. Aber ich würde es am liebsten jeden Tag machen, es war so much fun. Aber deswegen habe ich dann die letzten Tage so ein bisschen einfach gechillt und ich habe gelesen, habe meine Videos gemacht und so weiter. Und als ich eben ein bisschen gelesen habe vor allem, ist in einem Buch, was ich aktuell sehr, sehr gerne mag, auch so ein bisschen dieses Thema tatsächlich angeschnitten worden, über das wir heute sprechen. Und zwar fällt mir persönlich vor allem, wenn ich nicht so viel zu tun habe, also wenn ich zum Beispiel einfach nur zu Hause bin, fällt mir ganz extrem auf, dass ich gar nicht in der Gegenwart lebe. Und das merke ich zum Beispiel daran, ich bin so auf der Couch oder ich bin irgendwo halt am Machen, ich räume irgendwie auf oder sowas und ich genieße nicht so den Moment, den ich gerade habe, sondern ich bin immer so in Gedanken verträumt. Ich träume so über meine Zukunft, ich träume über meine Vergangenheit, aber ich bin nie in meinem jetzigen Moment anwesend. Also wenn ich zum Beispiel auf der Couch bin, dann denke ich mir nicht so, oh cool, das ist jetzt voll schön, hier in meiner Wohnung zu sein, das ist alles mega cool und ich kann jetzt gerade einfach entspannen, sondern ich träume dann zum Beispiel über Urlaube, die ich dieses Jahr machen will. Oder ich träume darüber, was ich mir für Klamotten kaufen will. Oder ich träume, was ich am Wochenende mit meinem Freund machen werde. Ich stelle mir immer so Sachen vor, die in der Zukunft passieren werden und freue mich drauf. Und das ist ja einerseits ein total cooles Gefühl, wenn du dich so auf Sachen freuen kannst und das ist ja auch so ein bisschen das, was das Leben ausmacht, sodass man so excited ist und so looking forward to Sachen ist und sich so ein bisschen freut. Aber das ist auch ganz, ganz, ganz gefährlich und man kann da super schnell so ein bisschen abrutschen, dass man nur noch in der Zukunft lebt oder nur noch in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit kannst du zum Beispiel leben, indem du dir immer Gedanken machst, Oh Mann, das war so peinlich, was ich da gemacht habe. Und oh Gott, ich wünsche dir, ich könnte das rückgängig machen. Oder du hast einen alten Partner und der hat jetzt mit dir Schluss gemacht und du lebst immer noch so in dieser Vergangenheit und das ist so schlimm für dich und sowas. Und du bist einfach immer mit deinen Gedanken irgendwo, außer im jetzigen Moment. Aber es ist so unfassbar wichtig, dass wir in einem Moment und in der Gegenwart leben, weil wenn wir immer mit unseren Gedanken in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft, dann leben wir unser Leben nicht. Weil die Vergangenheit und die Zukunft gibt es jetzt gerade nicht. Die existiert nicht, die gibt es nur in unserem Kopf, weil wir die ganze Zeit darüber nachdenken. Und wenn wir immer uns Gedanken machen, Oh Mann, ich wünschte, ich wäre noch mit dem zusammen und bla 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 und oh Gott, ich freue mich in der Zukunft so sehr, dass ich vielleicht wieder mit ihm zusammenkomme oder whatever, dann verpasst ihr euer ganzes Leben, das jetzt gerade in diesem Moment passiert. Und das müsst ihr euch so bewusst werden. Ich weiß, es ist super wichtig, dass wir unsere Vergangenheit haben und dass wir über unsere Vergangenheit nachdenken, weil die Vergangenheit hat uns zu der Person gemacht, die wir heute sind. Und wir haben Sachen gelernt in der Vergangenheit, wir haben Dinge erlebt, die uns so geprägt haben und deswegen ist es super wichtig, manchmal über die Vergangenheit nachzudenken. Aber wenn man so richtig verträumt ist und nur darüber nachdenkt oder dann eben über die Zukunft philosophiert, das ist alles nicht Realität. Das Einzige, was wir haben, ist der Moment. Mehr haben wir nicht. Wenn ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, ich habe nur diesen Moment. Ich kann nicht sagen, was in ein paar Wochen passiert. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern. Das Einzige, was ich habe, ist jetzt gerade. Also ihr müsst zunächst einmal verstehen, dass sich das alles nur in euren Gedanken abspielt, weil wie gesagt, jetzt gerade gibt es weder Zukunft noch Vergangenheit und ihr seid nur in euren Gedanken völlig verloren. Verloren, wirklich, man muss es so sagen, ihr seid einfach nur völlig lost, genauso wie ich übrigens. Mir geht das auch die ganze Zeit so, falls ihr euch jetzt so voll attacked fühlt und ihr euch voll gut damit identifizieren könnt. Bei mir ist es exakt genauso. Deswegen werde ich mir diese Podcast-Folge auch öfter anhören. Also es ist legit 100% bei mir genauso. Wie gesagt, dass ich immer zu Hause bin und einfach nur so stuck bin in meinen Gedanken. Und das liegt daran, weil wir mit unserer Gegenwart, so wie sie jetzt gerade ist, nicht zufrieden sind. Und dann fantasieren wir eben immer über Dinge, die in der Zukunft hoffentlich passieren, und Dinge, die passieren werden und Dinge, die wir haben wollen und materialistische Sachen und bla bla bla. Aber wir müssen verstehen, dass wenn wir jetzt in der Gegenwart unzufrieden sind, dass daraus auch keine gute Zukunft werden kann. Weil unsere Gegenwart kreiert unsere Zukunft. Und wenn du deinen ganzen Tag nur zu Hause sitzt und denkst, oh Gott, ich hasse mein jetziges Leben und das ist alles so dumm und das ist alles so kacke und man im Prinzip sein ganzes Leben schlecht redet, wie soll dann aus diesem Zustand eine positive Zukunft werden? Also es ist super, super wichtig, dass man über die Zukunft nachdenkt und sich so vorstellt, ah, ne, so sich so Ziele setzt und sowas. Ich sage immer, Ziele ist das Allerwichtigste im Leben. Wenn du keine Ziele hast, dann ist es so schwer motiviert voranzukommen. Deswegen versteht mich nicht falsch. Ich sage auf keinen Fall, ihr sollt nicht über die Zukunft nachdenken, aber man darf sich nicht darin verlieren. Und wenn ihr euch eine Zukunft für euch vorstellt und ihr denkt sehr viel darüber nach, dann müsst ihr verstehen, diese Zukunft kann nicht in Realität treten, wenn ihr jetzt an dem Moment, den ihr habt, nichts ändert. Weil alles, was ihr habt, ist jetzt. Das werdet ihr mich so oft in dieser Podcast-Folge noch sagen hören. Alles, was ihr habt, ist der jetzige Moment. Und ihr könnt was verändern, aber nur im jetzigen Moment. Und wenn du sagst, ich will diese Zukunft haben, dann musst du jetzt was verändern. Dann musst du jetzt glücklicher werden. Dann musst du jetzt anders an den Tag rangehen und so weiter. Was bei mir zum Beispiel auch krass ist, das habe ich schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass ich immer so aufstehe und wenn ich weiß, ich habe an dem Tag nichts Besonderes zu tun, dass ich dann schon so bin, ich kann es kaum abwarten, bis der Tag zu Ende ist. Und das ist so traurig und das ist so schade, weil unser Leben geht wirklich in einer Sekunde geht unser Leben um. Und dann bin ich so, ich wache auf und ich bin so, gar keine Lust aufzustehen. Und das ist so schade eigentlich und das ist so traurig. Und gerade wenn ich dann solche Tage habe, dann stürze ich mich einfach so in meine Gedanken. Und ihr müsst wissen, dass alles in eurem Kopf passiert. Und wenn ich aufwache und direkt so, ich habe gar keine Lust, dann bin ich eigentlich selber daran schuld, weil ich kann ja selbst entscheiden, wie ich an Dinge rangehe. Ich kann selbst entscheiden, was ich für eine Stimmung habe, was ich mir an einem Tag vornehme. Alles liegt in deiner Macht und in der Gegenwart. Du kannst jetzt in diesem Moment alles verändern. Den Gedanken, den ich auch immer ganz schön finde, ist, dass man sich so bewusst ist, alles, was ich jetzt gerade in meinem Leben habe, ist genau zu diesem Zeitpunkt perfekt für mich. Wenn ich mir Sachen wünsche, zum Beispiel, ich wünschte, ich wäre mit dieser Person zusammen, dann bist du nur gerade nicht mit ihr zusammen, weil es jetzt für deine Lebenssituation nicht richtig ist. Du wärst noch nicht bereit dafür, es würde nicht gut gehen oder was auch immer. Alles, was du gerade hast, soll genau so sein. Und alles, was du in deiner Vergangenheit verloren hast, hatte seinen Grund, warum du das verlieren musstest. Weil dein jetziges Ich einfach nicht mehr zu diesem, was auch immer das war, ob es eine Person war, ob es ein Gegenstand war, ob es ein Job war, dein jetziges Ich passt einfach nicht mehr zu dem, was in der Vergangenheit war. Und das ist, finde ich, auch so ein Gedanke, der total beruhigend ist, gerade wenn du wieder so in diese Situation verfällst, dass du unzufrieden mit deiner jetzigen Gegenwart bist und dein Leiden, das du gerade hast, unterdrückst, indem du eben an die Zukunft denkst, dass du dir einfach immer bewusst wirst, ich bin noch nicht bereit dafür. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel wünsche, oh mein Gott, ich wünsche, ich würde nicht in dieser Wohnung wohnen, sondern in einem richtig dicken Haus mit einem Pool, sage ich jetzt einfach mal, dann habe ich das nur jetzt gerade nicht, weil das nicht zu meinem aktuellen Leben passt. Und klar, ich kann darauf hinarbeiten und ich kann jetzt in dem Moment sagen, hey, okay, ich gehe jetzt anders an den Tag ran, ich will das machen, ich will das machen, ich will glücklich sein. So, du kannst natürlich an diese zukünftigen Dinge hinarbeiten, aber du musst dir immer bewusst sein, sei nicht traurig, wenn du Dinge nicht hast, die du gerne haben willst. Denk dir einfach, ich bin noch nicht bereit dafür. Mein aktuelles Leben erlaubt diese Dinge noch nicht. Und deswegen ist es auch, das hilft mir zum Beispiel persönlich voll, wenn ich wieder so stuck bin und so, aha, man, es kann doch nicht sein, dass das jetzt so wirklich ist und dass ich nicht das haben kann, wenn man halt wieder so ein bisschen gierig, sage ich mal, wird, dass man dann einfach sich erinnert, alles ist gerade richtig, genauso wie es ist, weil mein Lieblingsspruch ist ja auch, alles passiert aus dem Grund. Und ich muss mir nicht Gedanken machen, warum das in der Vergangenheit so war, warum das in der Zukunft vielleicht so passieren wird oder nicht so passieren wird, weil gerade alles genauso, wie es ist, richtig ist. Und ich wünschte manchmal, wir alle könnten unser Leben von außen betrachten, also einfach faktisch, was wir alles haben, wie blessed wir eigentlich sind, wie wunderschön wir alle aussehen. Ich wünschte, man könnte das einfach von außen wie so eine neutrale Person betrachten und dann würden wir verstehen, wie wunderschön unser Leben eigentlich ist, weil unser Leben ist so wunderschön, aber wir machen uns das selber mit unseren Gedanken kaputt, weil von außen betrachtet, kann ich euch versprechen, alle, die sich diesen Podcast gerade anhören, euer Leben hat so viele schöne Dinge und wir sehen das einfach nur nicht, weil wir immer mit unseren Gedanken irgendwo anders sind. Und ich bin mir sicher, wir leben unser Leben gar nicht richtig, sondern überleben nur, weil wir nie im Hier und Jetzt sind. Das ist voll gut, das beschreibt es voll gut wie Überleben, aber wir leben gar nicht richtig. Und ich muss aber auch sagen, ich bin überzeugt davon, dass Social Media ein ganz großer Faktor ist, warum wir so unzufrieden mit unserem eigenen Leben sind, weil wir öffnen zum Beispiel TikTok und wir kriegen so viele Emotionen innerhalb von ein paar Minuten. Wir sehen TikTok, da ist ein Mädchen auf dem Malediven und wir denken uns, ach, mein Leben ist so kacke, ich wünschte, ich würde auch auf dem Malediven leben. Dann scrollen wir weiter, sehen wir ein perfektes, glückliches Paar und denken uns, ach, meine Beziehung ist gar nicht so und ich wünschte, ich hätte einen Freund und ich wünschte, ich wäre wie jemand mit meinem Ex zusammen. Dann hast du so viele Emotionen auf einmal und du konsumierst den ganzen Tag diese perfekten kleinen Ausschnitte von dem Leben anderer Leute und denkst dir, warum ist mein Leben nicht so? Mein Leben ist komplett wack. Obwohl, wenn du einzelne kleine Momente aus deinem Leben rausnehmen würdest, dann würde das genauso für andere Leute aussehen. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz großer Punkt, vor allem jetzt speziell TikTok, dass man superschnell auch unzufrieden ist und auch wieder diesen Effekt hat, dass du an deine Zukunft oder an deine Vergangenheit denkst. Weil das Beispiel mit dem Mädchen auf dem Malediven, da stellst du dir dann vor, ach, wie cool wäre es, wenn ich in meiner Zukunft irgendwie auf dem Malediven wäre. Oder wenn du das mit dem Paar siehst, denkst du dir, oh Mann, schade, dass ich mit meinem Exfreund zusammen bin oder was auch immer. Und dadurch fällt es auch total schwer, im jetzigen Moment gecatcht zu sein. Und deswegen, weil ich jetzt auch so ein bisschen über die Lösungen sprechen will, ist eine Lösung, und das habe ich heute Morgen gemacht, und es hat mir so gut geholfen, dass ihr aufsteht und euer Handy weglegt. Euer Wecker geht an, das ist in Ordnung, aber sonst geht erstmal die ersten paar Minuten nicht an euer Handy. Ich bin heute aufgewacht und ich habe mich so hingelegt und habe mir einfach so Sachen der letzten paar Tage oder speziell jetzt von gestern überlegt, die richtig schön waren und für die ich unfassbar dankbar bin. Und dann habe ich jetzt so gesagt, ich war gestern mit meinem Freund Picknicken zum Beispiel, habe ich gesagt, ich bin so dankbar, dass wir gestern Picknicken waren, ich bin so dankbar, dass ich gesund bin, dass ich in dieser Wohnung bin, dass ich heute aufstehen kann und diesen Podcast aufnehmen darf und dass ich Essen in meinem Kühlschrank habe. Und ich habe mir so, so, so viel, ich habe bestimmt 30 klitzekleine Sachen aufgezählt, für die ich dankbar bin. Und dann hatte ich automatisch so diesen Mood Booster und ich bin dann so aufgestanden und ich war irgendwie so happy und ich wusste so, der heutige Tag wird cool und ich bin dann mit einer ganz anderen Stimmung da rangegangen. Und dann habe ich eben auch dementsprechend überlegt, was ich heute mache, Dinge, für die ich heute dankbar sein werde oder auf was ich mich heute freue. Und dann bin ich ans Handy gegangen und dann habe ich Nachrichten gesehen, die ich bekommen habe über die Nacht und ich bin auf Social Media gegangen, habe Sachen gesehen, meine Stimmung war direkt wieder gekillt. Es ist so krass, wie sehr Handys unsere Stimmung killen. Ich habe Nachrichten gesehen, irgendwie, kann ich jetzt nicht sagen, weil es super private ist, aber es hat mich einfach genervt. Ich habe Sachen gelesen und ich dachte mir so, nee, das hat jetzt voll meine ganze Stimmung einfach komplett zerstört. Deswegen wirklich nehmt euch diese Momente, vor allem wenn ihr wieder lost auf Social Media seid, wenn ihr wieder so richtig in diese Welt verfallt, nehmt euch diese Momente, in denen ihr euer Handy weglegt, einfach an die Wand statt. Das habe ich nämlich heute Morgen aufgefasst. Ich habe einfach so an die Wand geguckt und habe über den jetzigen Moment nachgedacht. Und im jetzigen Moment ist es mir völlig egal, was mir Leute geschrieben haben, was ich für ein Video auf TikTok gesehen habe, was ich für ein Hate-Kommentar gelesen habe. Das ist mir gerade im jetzigen Moment völlig egal, weil nichts zählt außer jetzt gerade. Und man kriegt den ganzen Tag so viel Negativität und es kotzt mich an. Und deswegen wirklich der allergrößte Punkt, Handy weglegen. Das wird so viel für euch verändern. Und dann finde ich aber auch, nicht nur wenn man jetzt alleine ist und in eine bessere Stimmung kommen will und hier in dem Moment ankommen möchte, sondern auch vor allem, wenn man mit Leuten was macht, wenn du mit Freunden unterwegs bist, dann ist es so einfach, dich aus der Situation rauszubeamen, wenn du einfach an dein Handy gehst. Du nimmst dein Handy und du bist plötzlich in einer ganz anderen Welt und du bist gar nicht mehr bei dieser Person anwesend. Und deswegen finde ich es auch so respektlos, wenn du sehr viel mit Leuten unternimmst und die ganze Zeit am Handy bist. Das ist so, du entfließt aus diesem Moment. Ich finde, Handy ist generell eine super Möglichkeit, um aus der Realität zu entfliehen. Und das ist nicht super, sondern das ist richtig scheiße. Und dadurch leben wir nicht unser Leben, sondern es zieht einfach so an uns vorbei. Deswegen versucht wirklich, gerade morgens, für mich ist morgens so wichtig, weil das halt so diese Stimmung für den Tag setzt, versucht morgens nicht ans Handy zu gehen. Das wird echt viel für euch verändern. Und das ist für mich halt total schwierig, weil ich mit meinem Handy natürlich auch arbeite. Aber das ist echt wichtig, Leute. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Das ist für mich jedenfalls, es kann auch sein, dass es für euch anders ist, weil ihr jetzt natürlich vielleicht nicht über euer Handy direkt so arbeitet wie ich. Aber ich bin mir sicher, das wird für euch bestimmt auch ein Business verändern. Probiert das einfach mal aus. Und dann eine andere Sache, die ich absolut noch gar nicht richtig kann, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es macht so viel Sinn, ist meditieren. Weil meditieren, also im Prinzip, das Prinzip von meditieren ist, du setzt dich einfach hin oder legst dich hin oder wie auch immer du möchtest und machst gar nichts. Du machst die Augen zu und atmest einfach ein und aus und du konzentrierst dich nur auf deinen Atem und versuchst, alle Dinge, die gerade in deinem Leben los, alle Dinge, die gerade in deinem Leben passieren, loszulassen und dich nur auf die Situation gerade zu fokussieren. und das ist so geil und das ist so wertvoll und ich kann das aber, wie ich schon meinte, gar nicht bisher, weil ich immer, wenn ich mich so hinlege und versuche zu meditieren, meine Gedanken drehen durch. Ich denke über so viele Dinge nach und das ist ja eigentlich das, was nicht passieren soll. Aber ich habe mir auch ganz viele Videos dazu eingeguckt, dass es am Anfang völlig in Ordnung ist und dass es schon Progress ist, wenn man einfach für zwei Minuten erstmal da liegt oder da sitzt und so versucht, sich seinem Körper und dem jetzigen Moment zu widmen. Deswegen, ihr müsst euch gar keinen Stress machen, wenn ihr jetzt mal versucht zu meditieren und es funktioniert am Anfang nicht, weil bei mir funktioniert es voll oft auch nicht, aber das könnt ihr einfach mal so ein bisschen versuchen. Immer wenn ihr merkt, bei mir wird gerade alles zu viel, ich bin gerade richtig versunken in meinen Gedanken, setzt euch hin und erinnert euch daran, der Moment jetzt zählt und jetzt gerade gönne ich mir ein paar Sekunden Entspannung oder Minuten und konzentriere mich nur auf mich und alles andere, was gerade in der Welt passiert, ist scheißegal. Also meditieren, das will ich auch öfter machen, vor allem, wenn ich eben wieder so lost bin. Das könnt ihr echt mal versuchen. Es gibt auch so geführte Meditationen auf Spotify oder YouTube oder whatever oder auf TikTok sogar. Da gibt es ganz, ganz viel, wo ihr so ein bisschen so geleitet werdet durch diese Welt der Meditation. Was ich auch super hilfreich finde, ist bestimmte Hintergrundbilder einzustellen. Also das ist für mich so voll das Ding, dass ich dann immer so daran erinnert werde. So ich gehe in mein Handy und dann sehe ich so einen Spruch und ich bin so, ah stimmt. So zum Beispiel, ich habe gerade als mein Hintergrundbild Lucky Girl, weil ich mich einfach immer daran erinnern will, ich bin eigentlich so blessed und ich habe so viel Glück in meinem Leben und jeder von uns hat so viel Glück in seinem Leben. Man muss immer nur diese Situation erkennen, wo man gerade einfach, wo gerade alles einfach super läuft. Und da tue ich mir eben oft, wie ich jetzt auch schon öfter gesagt habe, ein bisschen schwer zu erkennen, wie gut es mir eigentlich geht. Also nee, das ist falsch gesagt. Ich weiß, wie gut es mir geht. Auf jeden Fall weiß ich das. Aber so diese Magie in den kleinen Momenten zu sehen. Wisst ihr, zum Beispiel, ich gehe einkaufen und da hat jemand bei diesem Wagen sein Geld drin gelassen oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Der hat einfach seinen Wagen da stehen lassen und dann, hey, ich habe 50 Cent gefunden. Wisst ihr, lucky girl. Oh mein Gott, ich bin so lucky. Oder als wir in Bali waren, das war auch so cool, da sind wir auf diesen Booten gefahren und haben nach Delfinen geguckt. Also quasi, es gab so einen Ort am Meer, der ist super, super warm und Delfine fühlen sich so in wärmeren Regionen recht wohl und wir haben die ersten zwei Stunden oder die erste eine Stunde gar nichts gesehen. Wir haben keine Delfine gesehen und ich dachte so, das kann doch nicht sein und dann plötzlich neben unserem Boot sind so viele Delfine hochgekommen und ich dachte mir, oh mein Gott, ich bin so lucky. What? Das ist so crazy, dass genau an diesem Tag, als wir dort waren, plötzlich so viele Delfine direkt neben uns hochgegangen sind. Wisst ihr, was ich meine? Und das sind so kleine Momente, in denen man sich einfach daran erinnern muss, ach, ich bin so lucky und wenn du dann immer daran denkst, wie viel Glück du hast, dann wird noch viel mehr Glück in dein Leben kommen und das gleiche könnt ihr jetzt zum Beispiel auch mit diesem Lebe im Moment machen. Einfach mach so Lebe im Moment oder so live the moment oder whatever. Es gibt ja bestimmt viel bessere Sprüche auf Pinterest und dann könnt ihr euch einfach immer so daran erinnern oder ihr hört euch diesen Podcast an. Deswegen habe ich ja gesagt, ich will diese Folge ein bisschen kürzer machen, weil ich jetzt in dem Podcast auch ganz viele Sachen gesagt habe, warum es wichtig ist, sich immer daran zu erinnern, dass wir nur jetzt haben und die Zukunft nicht existiert, die Vergangenheit existiert, auch nicht mehr, das ist nur in unserem Kopf und das alles, was wir haben, ist dieser Moment. Und deswegen speichert euch diese Podcast-Folge, hört das euch immer an, wenn ihr in eurem Alltag versinkt und mit eurem Leben gerade nicht zufrieden seid. Ihr findet immer irgendwas Schönes, irgendwas, was euch happy macht. Deswegen, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch geholfen. Mir hat sie auf jeden Fall geholfen, also ich werde mir die jetzt auch öfter anhören, wo ich wieder so ein bisschen lost bin, weil manchmal hilft es so sehr, Dinge auszusprechen oder für mich, mich an Sachen zu erinnern oder meine eigene Stimme zu hören, wie sie solche Dinge sagt. Deswegen, ich werde mir die Podcast-Folge bestimmt auch ab und zu da mal wieder anhören. Und wie gesagt, schaut gerne in meinem Phyllisches Shop vorbei. Vielleicht findet ihr irgendein cooles Teil für euch, was ihr ganz cute findet. Und ich habe euch über alles lieb. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok und wir sehen uns nächsten Mittwoch bei der neuen Podcast-Folge. Mua!